Das Geschirr im Spülbecken ist schmützig. Das Geschirr in der Spülmaschine ist sauber. Die Teller und Gläser auf der Arbeitssparte ist schmützig. Die Teller und Gläser auf der Arbeitssparte sind schmützig. Bitte spür dein Geschirr. Bitte wasch dein Gesicht. Bitte wasch euch. Die Katze liegt im Waschbecken. Die Junge ist in der Dusche. Ich putze das Waschbecken. Ich putze die Dusche. Ich putze die Dusche. Was müssen wir heute machen? Wir müssen das Badezahme putzen. Ich werde das Waschbecken putzen. Ich werde die Badewanne putzen. Kannst du die Toilette putzen? Ja, ich werde sie putzen und den Fußboden erkürzen. kurzen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich werde das mal in ein paar Wochenen. Wasch. Untertitelung des ZDF, 2020